So, dann würde ich sagen, wir fangen an. Grüße also zur heutigen Vorlesung, TI oder DT. Und ja, ich möchte mal kurz wiederholen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Und zwar Speichertypen. Da gehe ich jetzt ganz schnell durch, weil wir es schon gemacht haben. Wir haben Halbleiterspeicher betrachtet. Und zwar zum einen Festwertspeicher, die irreversibel waren oder reversibel. ROMs oder PROMs, die sind im Prinzip ab Werk personalisiert. Die kann man nicht mehr ändern. Dann können wir reversible Festwertspeicher haben. Warum nennt man sie dann Festwertspeicher? Ja, weil das nicht so schnell änderbar ist. Das dauert also verhältnismäßig lange, vielleicht Sekunden oder Minuten, bis man das geändert hat. Beispielsweise so ein EEPROM, das muss man halt sozusagen durch Anlegen von Spannungen löschen. So ein EEPROM muss man durch Beleuchten mit einer UV-Quelle löschen. Das dauert einfach lange. Dafür muss man den Baustein typischerweise ausbauen. Deswegen sprechen wir hier von Festwertspeicher. Dann haben wir Schreib-Lese-Speicher, sogenannte RAMs, also Random Access Memories. Und dann haben wir statische und dynamische. Statische hatten wir schon besprochen, wiederholen wir gleich. Und dann gibt es noch so eine Zwischenart, so ein nicht flüchtiges RAM. Ja, weil dieses wäre natürlich flüchtig, wenn ich die Versorgungsspannung abkappe. Und bei dem dynamischen RAM werden wir gleich sehen, ist das noch viel schlimmer. Und dann gibt es noch so ein quasi-statisches. Das besprechen wir aber nicht mehr in der Vorlesung. Das dürfen Sie sich dann gerne anschauen, wenn da Interesse besteht. Ja, beim Festwertspeicher. Inhalt nur lesbar. Ja, der Inhalt ist nicht flüchtig. Also das können Sie von der Versorgungsspannung trennen, klar. Weil das kommt ja sozusagen per Post zu Ihnen. Ja, und dann muss ja der Inhalt auch drin sein. Und dann bauen Sie es in Ihre Schaltung ein. Und dann bleibt der Inhalt natürlich erhalten, auch wenn Sie es wieder ausbauen. Das heißt, Sie können diese Informationen nicht wieder rückgängig machen. Ja, und da gibt es eben Massenprogrammierbare. Ja, die sind bei der Herstellung programmiert. Oder die einmal programmierbaren, diese PROMs, ja, die können Sie einmal selbst programmieren. Dann bleibt es aber auch drin. Das sind also dann auch, das sind im Prinzip so kleine Sicherungen. Die brennen dann durch, ja, und dann ist es einmal eingebrannt. Dann Reversibel-Festwertspeicher, wie gerade gesagt. Da könnten Sie eben solche UV-Löschbaren-Festwertspeicher haben, die EPROMs. Ja, die legen Sie unter eine UV-Lampe. Da machen Sie ein kleines Fensterchen auf, so einen Aufkleber ab, löschen das, machen wieder zu und beschreiben es wieder. Und dann gibt es elektrisch Löschbare. Das dauert aber auch lange. Da müssen Sie also lange schreiben, damit das Ding gelöscht wird. Und dann Flash-ROMs, klar, auch elektrisch programmiert. Und dann aber blockweise statt bitweise. Ja, die wichtigen Speicher für uns sind RAMs. Und die haben wir ja schon besprochen. Da gibt es eben sehr schnelle, die nah an Ihrem Prozessor dran sind, für den Cache und so weiter. Und dann gibt es langsame, die sind eben weiter weg. Ja, der Hauptspeicher. Also wenn Sie jetzt von mehreren Gigabyte Hauptspeicher sprechen, dann sind das natürlich keine SRAMs, also solche statischen RAM-Bausteine. Da haben wir ja schon gesehen, dass die sehr aufwendig sind. Ja, sondern es sind dann dynamische. Und die besprechen wir gleich. Und da wird sich auch gleich zeigen, warum die so langsam sind und warum die so langsam sein müssen. Warum sie aber auch so einfach sind. Und deswegen die auch erlauben, solche großen Speichermengen aufzunehmen. Und da wollte ich Ihnen das nochmal zeigen. Der W2, das hatte ich Ihnen ja beim letzten Mal angemalt, wenn wir einen Inverter betrachten, ja, in CMOS-Technik. Also CMOS, wie gesagt, Complementary MOS. Das heißt also, wir haben eine komplementäre Ausgangsstufe hier. Also der Eingang wird an einen PMOS- und an einen NMOS-Baustein angeschlossen. Dann kommt der Ausgang hier raus. Ja, und das, den Baustein haben Sie ja schon gesehen. Also wenn unten NMOS, oben ein PMOS ist, dann entspricht das einem Inverter. Das heißt also, A ist E-quer. Und jetzt kann ich diese Inverter kreuzweise rückkoppeln. Und tatsächlich, auch wenn es beim letzten Mal Zweifel gab, ist das eine stabile Schaltung. Das heißt also, wenn ich jetzt hier eine 1 und da eine 0 einspeise, das heißt, ich muss also sozusagen die beiden Seiten entsprechend eingeben, dann bleibt dieser Zustand erhalten. Und der bleibt wirklich so lange fest erhalten, solange ich die Versorgungsspannung habe. Hört sich jetzt mal selbstverständlich an. Wir werden aber gleich sehen bei den DRAMs. Das ist nicht selbstverständlich. Bleibt also hier erhalten. Und man sieht, dass das logisch ist. Also die 1 wird hier die 1, die 0 wird hier zu 0 und so weiter und so. Das bleibt erhalten. Und genauso, wenn ich das Ganze umdrehe. Und jetzt kann ich mir natürlich beliebig überlegen, welchen Wert ich denn jetzt eigentlich als Speicherwert nehme. Nehme ich die 1 oder nehme ich die 0 oder was auch immer. Das ist willkürlich. Das werden wir bei DRAMs auch sehen. Ja, ich kann jetzt einen willkürlichen Wert nehmen. Ob ich das nun als True oder False speichere, das ist eigentlich wurscht. Ich will ja nur eine binäre Unterscheidung haben. Ja, und wenn ich das jetzt verwende, also ich setze diesen Inverter, setze ich jetzt hier in so eine kreuzweise rückgekoppelte Schaltung ein, dann bekomme ich eben diese ganz witzige Anordnung. Und ich habe es deshalb so hingemalt, weil man es sonst vielleicht auch gar nicht sieht. Ja, Sie sehen also dann hier nochmal, das ist eine Inverterstufe. Ja, dies hier. Das ist ein anderer Inverter. Das ist der Eingang dieses Inverters. Ja, das ist der Eingang dieses Inverters. Ja, und das ist hier der Ausgang von dem. Das ist der Ausgang von dem. Und die sind sozusagen so verzahnt. Ja, und jetzt kann ich die isolieren, diese Zelle. Dann liegt die nur noch an Plus-UB und an Masse. Und wenn die isoliert ist, dann hält die eben ihre Werte, wie wir gerade gesagt haben. Und jetzt kann ich aber Folgendes machen. Ich kann mit diesen beiden Ankoppeltransistoren, ja, T4 und T5, kann ich die jetzt an die Bitleitung legen. Ja, und das mache ich, indem ich hier diese Adresse, Sie erinnern sich ja, wir haben es ja auch gemacht beim letzten Mal, wie adressiere ich überhaupt? Da habe ich also ganz viele Adressleitungen. Jetzt wäre meinetwegen diese Adressleitung high. Ich würde die hier adressieren. Und damit würde ich praktisch dieses Ding auf den Bus legen. Und jetzt brauche ich hier aber zwei Bitleitungen, B0 und B1. Die müssen komplementär sein. Ja, sonst kann ich das eben nicht machen. Ja, das ist auch anders als beim DRAM. Ich brauche hier praktisch zwei komplementäre Leitungen, was ja nicht schlimm ist. Und dann schalte ich praktisch hier eine 0 und eine 1 drauf oder da eine 0 und eine 1. Und damit habe ich das SRAM sozusagen einmal gesetzt. Und das bleibt dann. Solange Versorgung und Spannung da ist. Die Variation, habe ich ja gesagt, machen wir nicht. Ja, also wichtig ist, wir haben zwei kreuzweise rückgekoppelte Inverter. Wir haben zwei Transistoren zur Ankopplung, diese Ankopplungstransistoren. Wir haben damit sechs Transistoren pro Zelle. Das ist teuer. Deswegen ist SRAM zwar schnell, aber teuer und lohnt sich eben nur in kleinen Mengen nah am Prozessor oder bei Spezialanwendungen. Ich habe ja gesagt, Signalprozessoren. Bei Signalprozessoren haben Sie auch mal eine große Menge an SRAM, weil Sie da einfach große Datenmengen ganz schnell schreiben müssen in Echtzeit. Sonst ist das zu teuer. Ja, und man möchte jetzt natürlich gerne was haben. Wir möchten natürlich gerne nur mit einem einzigen Transistor arbeiten. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, wie kann man das tun? Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Bild. Kommen wir jetzt zum VRAM. Lassen Sie das mal auf sich wirken. Wie funktioniert das wohl? Sie kennen ja noch die Funktionsweise, das hatte ich Ihnen ja nahegelegt, eines selbstsperrenden NMOS-Transistors. Ich habe ja gesagt, das ist für uns das kanonische Modell. Bei dem bleibe ich auch heute. Das können Sie mit allen vier Typen machen. Wir nehmen aber heute den selbstsperrenden NMOS. Das heißt, ich habe hier ein selbstsperrendes NMOS-Glied. So, und daraus möchte ich jetzt einen Speicher machen. Was fällt Ihnen auf? Wie mache ich daraus einen Speicher? Der eine Transistor kann ja im Gegensatz zu diesen sechs oder eigentlich den vier inneren Transistoren eines SRAMs nicht wirklich was speichern. Ein Transistor ist ein Schalter. Der kann auf- oder zu-machen und das noch nicht mal perfekt. Da kommen wir gleich dazu. Damit kann ich nicht speichern. Aber wie könnte ich denn jetzt speichern? Ich könnte mit einer Kapazität speichern. Und wenn Sie jetzt mal hier scharf drauf schauen, was fällt Ihnen auf? Wie erreiche ich ganz einfach jetzt in so einer gedruckten Schaltung, in so einer integrierten gedruckten Schaltung, wie erreiche ich denn da eine Kapazität, die mir zum Speichern reicht? Fällt Ihnen irgendein Unterschied auf, vielleicht zum normalen NMOS-Transistor? Schauen wir nochmal drüber. Beim normalen NMOS war es doch so, wir hatten ein P-dotiertes Substrat. Wir hatten solche Inseln hier eindotiert. Die waren stark N-dotiert, sogar N-plus-dotiert, also hochdotiert. Da waren Kontakte dran. Das heißt, die Kontakte, das ist hier eine Isolationsschicht, die Kontakte gingen durch die Isolationsschicht direkt in das N-plus-dotierte Material rein. Dadurch hatten wir da Kontakt. Dann haben wir ein Gate. Das Gate war auch aus Metall. Das ist hier so eine Silitum-Dioxid-Schicht. Das ist also isolierend. Das Gate berührte aber nicht das P-Substrat. Dadurch hatte ich hier eine Kapazität. Mit dieser Kapazität, mit diesem Kondensator, konnte ich jetzt entsprechend Ladungsträger anlocken, um mir hier so einen N-leitenden Kanal zu schaffen. Das heißt, ich habe hier sozusagen Elektronen hochgelockt, die dann hier so einen Kanal aufbauen. Sie erinnern sich, den konnte man auch abquetschen, zu einer Seite, je nachdem, welche Spannung ich hier ans Drain gelegt habe. Jetzt mache ich das Gleiche beim Drain. Sie sehen, hier haben wir plötzlich eine Isolierungsschicht. Das muss ich eigentlich mal einzeichnen, dass man das sieht. Das heißt also, wir haben hier so eine Isolationsschicht. Das macht es also ganz anders als einen normalen NMOS-Transistor. Hier ist kein Kontakt mehr. Das heißt also, zu dieser jetzt auch vergrößerten N-Plus-Region hat dieser Metallkontakt keine Verbindung. Das heißt, wir haben hier einen Spalt. So, und jetzt können wir also sagen, wir haben eine Transistorzelle. Das ist der kleinste Aufwand, den man sich überhaupt denken kann. Ja, von allen Speicherzellen. Die Informationen speichern wir jetzt in diesem Kondensator. Das ist der Kondensator, den wir hier dann sehen. Da komme ich gleich dazu. Ja, und dieser Kondensator wird jetzt durch eine vergrößerte Drainzone gebildet. Das heißt, die wird einfach etwas aufgebläht. Und die dünne Isolationsschicht, das ist das hier. Und das ist eine ganz kleine Kapazität. Die ist nur zwischen 0,1 und 0,5 Picofarad. Also winzig klein. Und wir werden gleich sehen, warum das schlecht ist. Ja, also gucken wir mal hin. Das wäre also der Kondensator. Das ist hier ganz normal. Drain-Gate-Source. Drain-Gate-Source ist der Transistor. Dann haben wir hier noch einen Einkoppeltransistor, den wir gerade hatten. Der liegt an plus UB. Der Kondensator liegt jetzt hier an plus UB. Das kann man übrigens auch anders machen. Den können wir auch in Masse legen. Das geht genauso. Ja, den haben wir jetzt an plus UB gelegt. Adressleitung schaltet den Transistor. Und die Bit-Leitung, ja, die schaltet hier die Source. So, und jetzt ist die Frage, wie speichere ich denn da überhaupt ein Bit? Wie kann ich da jetzt etwas drin speichern? Ganz einfach. Wenn ich jetzt hier einen bestimmten Wert anlege, zum Beispiel plus UB oder Null. Das kann ich ja erreichen, indem ich hier oben entsprechend schalte. Ja, wenn ich jetzt hier eine Null liegen habe und hier plus UB, dann lade ich den Kondensator voll auf. Die Frage ist jetzt, bedeutet das jetzt, ist das true oder false? Das habe ich ja gerade schon gesagt, bei der S-Stream-Zelle ist eigentlich egal. Ja, das werden Sie gleich auch noch, wird Sie gleich noch verwundern vielleicht. Das ist eigentlich wirklich beliebig. Ich muss jetzt nur sagen, habe ich Ladung oder nicht? Und das kann ich ja im Wahrheitswert zuordnen. Das heißt, wenn ich hier eine Null liegen habe, lädt er sich auf. Habe ich hier eine Eins liegen, das bedeutet also plus UB, dann habe ich auf beiden Kondensatorplatten die gleiche Spannung. Wenn ich dann den Transistor durchschalte, dann wird auf jeden Fall auf beiden Seiten die gleiche Spannung liegen und keine Ladung drauf sein. Das heißt also, keine Ladung entspricht 1. Ja, ist das klar? Also volle Ladung entspricht 0, keine Ladung entspricht 1. Bei der Konstruktion einer DRAM-Zelle, die könnten wir ja auch, wie gesagt, anders konstruieren. Man könnte hier, wie gesagt, den Speicherkondensator auf 0 legen, auf Masse legen, dann wäre es genau andersrum. So, und jetzt wollen wir das Ganze auslesen. Wir wollen also jetzt natürlich im Betrieb das Ganze auslesen. Und jetzt haben wir ein paar Problemchen. Zum einen, diese Speicherkapazität, was ist wohl das Hauptproblem bei so einem DRAM-Speicher? Selbst wenn der unter voller Versorgungsspannung steht, so wie ich ihn hier hingezeichnet habe. Was passiert? Wir haben eine Ladung auf einem Kondensator mit, sagen wir mal, 0,1 Picofarad. Was wird wohl passieren mit der Zeit? Sogar nach einer Millisekunde, sagen wir mal. Was passiert? Der verliert auch seine Ladung. Im Prinzip wird ja doch durch alle möglichen Leckströme, ich meine, das ist ja nur ein, sage ich mal, reales Bauteil mit allen möglichen Unwägbarkeiten. Der verliert beispielsweise Ladung über den nicht komplett gesperrten Speichertransistor und so weiter. Das heißt, der verliert die ganze Zeit Ladung. Das heißt also, wenn ich mich nicht beeile, ist auch der Bitwert, den ich da gespeichert habe, wieder weg. Der fadet sozusagen weg. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, diese eine Zelle liegt ja jetzt in einer riesigen Matrix von Speicherzellen. Das heißt, ich habe ganz viele Bitleitungen, ganz viele Adressleitungen. Ja, das ist in einer riesigen Matrix. Und diese ganzen Leitungen, wenn das flächig aufgebaut ist, haben natürlich Kapazitäten. Und diese Kapazitäten sollte man nicht unterschätzen. Die sind nämlich typischerweise mindestens genauso groß, wenn nicht größer, als diese 0,1 bis 0,5 Picofarad. Das heißt, ich habe hier eine Leitungskapazität. Ich kann also nichts ohne weiteres einfach hier beim Auslesen hier einfach aufmachen und gucken, was drin ist. Das funktioniert nicht, weil das verliere ich an die Leitungskapazität. Was man also macht, das ist der Trick jetzt hier bei so einer DRAM-Zelle. Das können Sie sich jetzt auch mal gedanklich überlegen. Wenn Sie wissen möchten, was für eine Ladung hier drauf sitzt, wie gesagt, wir haben ja gesagt, bei 0, voll geladen, bei 1, total entladen, dann lade ich diesen hier zum Beispiel auf die halbe Spannung auf. Das heißt, ich knalle jetzt einfach mit plus UB. Ganz kurz ziehe ich den voll auf die halbe Spannung UB, also ein halb UB. Und dann öffne ich den. Und dann gibt es einen Ausgleichsstrom. Warum? Jetzt habe ich ja im Prinzip zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren. Und diese Kondensatoren müssen jetzt Ladungen austauschen. Warum? Weil wenn der voll ist auf plus UB und der auf ein halb UB, dann liegen hier plötzlich 1,5 UB an. Dummerweise hier oben aber nur einmal UB. Das heißt, die müssen Ladung verlieren, die müssen Ladung sozusagen austauschen untereinander. Und dann kann ich sagen, in welche Richtung tauscht sich das aus? Das heißt, auf was lädt sich die Leitung auf? Und das heißt, in dem Fall wird die Leitung sich abladen. Ist der hier gar nicht geladen und der ist auf ein halb UB, hier habe ich plus UB, dann müssen sich beide aufladen und ich kann sehen, aha, der hat sich jetzt aufgeladen. Und das kann ich Ihnen gerne, wenn jemand Interesse hat, auch nochmal zeigen. Das kann man ganz schön zeigen, indem man zwei verkoppelte Differenzialgleichungen, gewöhnliche lineare Differenzialgleichungen aufstellt für die beiden Kondensatoren. Da kann man sehr schön sehen, wie die sich in Abhängigkeit von ihren Kapazitäten und Widerständen und so weiter, die wir hier natürlich auch noch haben, wir haben so Leckwiderstände, wie die sich entsprechend aufladen. Und damit kann ich dann sagen, wie der Inhalt dieser Kapazität ist. Also habe ich zwei Probleme. Ich muss irgendeine Technik haben, die immer wieder nachpumpt, die Bitleitung auflädt. Und dann brauche ich irgendeine Technik, die auch dafür sorgt, dass ich diese Speicherkapazität am Leben erhalte, immer wieder was Neues reinspeise. Ja, und was ist das Schlimme jetzt beim Lesen, was ich gerade erklärt habe? Ich schalte ja schlagartig zwei Kapazitäten mit geringen Vorwiderständen in Reihe. Und der ist einer davon. Was passiert denn wohl mit dem dann beim Lesen? Der verliert ja auch seine Ladung, weil die Ladung gibt er ja ab an die Leitung. Das heißt, plötzlich beim Lesen ist es gar nicht mehr drin. Das heißt, wir haben ein zerstörendes Lesen. Ja, ich weiß sozusagen danach gar nicht mehr, was drin ist. Das heißt, beim Lesen muss ich mir merken, was drin stand und muss es sofort wieder reinschreiben. Ja, also das DRAM ist in der Hinsicht ein bisschen pervers. Ja, ich muss sozusagen die ganze Zeit auffrischen und beim Lesen muss ich mir merken, was ich gelesen habe und es wieder auffrischen. Bei jedem Lesen. Und das macht das Ganze so aufwendig und deswegen sind die Zugriffszeiten natürlich auch wesentlich schlechter als beim SRAM, wo ich einfach mit einem Zugriff sofort die Information bekomme. So, das hier nochmal zusammengefasst. Ja, also Speicherkapazität gleiche Größe wie diese Leitungskapazität in der Regel sogar viel kleiner. Ja, und das Lesen ist jetzt so ein Ladungsvergleich. Ja, dann laden wir vor. Ja, indem wir die Bitleitung kurz mit TL verbinden, vielleicht auf UB halbe aufladen. Ja, dann legen wir an A natürlich die entsprechende Steuerspannung an. Dann wollen wir den Speichertransistor durchschalten und wenn die geladen ist, ja, dann findet ein Ausgleich in die Richtung statt, wenn nicht, in die andere Richtung statt. Und wir messen jetzt im Prinzip am Ende implizit über die Spannung diesen Strom, ja, der da am Aus getauscht wird. Und ich hatte ja gesagt, das Schreiben ist jetzt auch einfach, ja. Wir legen eine positive Spannung UGS an, dann wird er leitend. Wenn die Bitleitung auf Masse liegt, dann haben wir ein Potenzial, dann lädt er sich auf. Liegt die Bitleitung auf UB, dann haben wir kein Potenzial zwischen den beiden Kondensatorplatten, ja, wenn man das so sieht, also bei den beiden Drainplatten, ja, und dann, ja, werden die abgesaugt, der ist entladen. Und die Zuordnung, was ich gerade gesagt habe, die ist natürlich rein willkürlich und sollte nicht verwirrend sein. Wir haben also hier gehabt einen Kondensator als Ladungsspeicher, ja, und wir brauchen einen Transistor zum Ankoppeln und der verliert natürlich seinen Zustand, ja, wenn er von der Spannungsversorgung abgetrennt wird, wird, aber er verliert auch seinen Zustand, selbst wenn er an der Spannungsversorgung dran ist, man muss nur lang genug warten und lang genug hängt eben von der Konstruktion ab. Das können auch Mikrosekunden oder weniger sein, ja, dass er sozusagen immer wieder seinen Zustand verliert. Das heißt, wir müssen auffrischen, also so ein Refresh machen und das ist wichtig bei so einem DRAM. Wenn Sie sich also so ein Timing-Diagramm mal anschauen von so einem DRAM, dann sehen Sie das, was man da alles tun muss, ja, beim Normalbetrieb, wenn man nicht liest, natürlich, wenn man zerstörend liest, ja, da muss man wieder nachpumpen. Genau. Und bei SRAMs haben wir einen Flipflop. Das behält natürlich die Programmierung ohne Regeneration und, ja, Zugriffszeit wesentlich kürzer, aber wesentlich mehr Aufwand. Ja, dann ganz kurz, wir können ja so eine Funktionstabelle in Speicherbausteinen abspeichern und dann eben die Funktion durch so eine disjunktive Normalform, also N wie Normalform realisieren. Das ist aber oft aufwendig. Das haben wir ja gesagt, wir können da ja sehr viele Terme haben. Ist aber einfach zu machen. Jetzt könnte ich aber auch eine disjunktive Minimalform nehmen und dafür verwendet man dann solche Programmable Logic Arrays, diese PLAs und im Gegensatz zum ROM sind die jetzt mit MinTermen bestückt auf der Eingangsseite, nicht mit MinTermen bestückt, sondern mit Primimplikanten bestückt und das heißt, der Decoder, wir haben ja gesagt, der Decoder geht sozusagen alle MinTerme durch, wenn ich sozusagen am Eingang adressiere, ist es hier so, dass ich einfach eine Und-Matrix habe. Das ist ziemlich simpel, wenn man sich das anschaut. Ich habe hier meine N-Eingänge, M-Ausgänge, hier habe ich eine Oder-Matrix für die Ausgänge, hier habe ich eine Und-Matrix für die Eingänge und jetzt muss ich einfach eine disjunktive Minimalform finden. Also das heißt, eine disjunktive Verknüpfung von Konjunktionen und die Konjunktionen müssen aber nicht alle Literale enthalten, das war ja die Definition, sondern die können kürzer sein. Und das heißt, da muss ich jetzt sozusagen hier nur sagen, das mache ich am besten am Beispiel. Wenn ich hier was anlege, ja, an diesem Beispiel, habe ich hier unten A, B und C und jeweils A nicht, B nicht, C nicht. Und jetzt möchte ich so etwas realisieren wie A, B nicht oder A, C und auch eine zweite Funktion, weil wir haben ja zwei Ausgänge, möchte ich noch A nicht, C nicht oder A, C oder A, B, C nicht. Ja, was mache ich dann? Ich suche mir im Prinzip hier in dieser Leitung suche ich mir einfach das A, das B nicht, dann habe ich hier eine A, B nicht Leitung und die greife ich entsprechend ab. Dann habe ich hier noch eine A, C Leitung. Ja, ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären, das ist ziemlich klar. Das heißt, ich bekomme damit meine Therme und hier hinten greife ich die dann einfach wieder nach unten senkrecht ab, bekomme damit F1, F2. Das heißt, ich kann mit solchen Bausteinen und das Schöne ist, die können Sie wirklich in jedem Laden kaufen. Ja, die können Sie selbst programmieren. Wir werden gleich noch einen einfachen sehen. Die können Sie einfach kaufen, kosten was weiß ich, 50 Cent. und dann können Sie die kaufen, Programmiergeräte dazu kaufen, was auch nicht viel kostet und dann können Sie im Prinzip hier diese Matrix frei programmieren und diese Matrix frei programmieren und damit eine beliebige Logik-Schaltung umsetzen. Natürlich mit all den Bedingungen, die wir schon gesagt haben und die noch kommen, Laufzeiteffekte kommen gleich noch, die bleiben Ihnen ja auch nicht erspart, aber damit können Sie eine Logik-Schaltung auch schön umsetzen. Ja, die konnte man sogar doppelt verwenden, diesen einen Term und wir sollten bei Minimieren natürlich immer darauf achten, dass wir eine Funktionsbündel verwenden und nicht nur jede Funktion für sich selbst minimieren, sondern den Gesamtaufwand für alle Funktionen optimieren. Ja, aber das hatten wir ja schon gemacht, diese Bindelminimierung, dass man sagt, es ist nicht so wichtig, dass jede Funktion für sich optimal ist, sondern dass es insgesamt optimal ist und genau das muss man hier auch beachten. Oft macht man das von Hand, dann ist es nicht so einfach, gerade wenn Sie so ein PLA oder PAL, was wir gleich sehen, minimieren. Also PLAs, die können wir wie ROMs bei der Herstellung personalisieren, dann gibt es aber auch noch welche, die können wir als Benutzer personalisieren, die nennt man dann Field Programmable Logic Array, FPLA und dann gibt es sogenannte PALs, die können nicht beides programmieren, sondern nur, da ist nur die UN-Matrix programmierbar und die ODA-Matrix ist bereits personalisiert. Das sähe dann so aus, ich denke, das ist vorstellbar und natürlich ist die ODA-Matrix so personalisiert, dass Sie die jetzt einfach irgendwo im Geschäft kaufen können. Das ist nicht so, dass Sie da anrufen müssen und sagen, ich möchte die so programmiert haben, sondern da kaufen Sie halt etwas fix Vorprogrammiertes und Vorkonfektioniertes. Das ist dann halt hier irgendeine ODA-Verknüpfung und dann setzen Sie nur noch die UN-Matrix entsprechend für Ihre Produkttherme, um eben so eine Minimalform zu realisieren. Ja, und dann haben Sie verschiedene Eingänge, ja, Produkttherme, die ODA-Gatter sind typischerweise fest vorgegeben und deswegen müssen Sie unbenutzte Eingänge mit einem Damil-Therm belegen, das sage ich Ihnen auch nochmal ganz kurz, ist aber auch, glaube ich, ganz einfach, da müssen wir nicht groß drauf eingehen. Wenn Sie jetzt hier eine Veroderung haben, die Sie nicht ändern können und Sie haben nur drei Eingänge, naja gut, da müssen Sie einen von den Eingängen eben nochmal wiederholen. Und das heißt, damit können Sie dann so ein Standard-PAL, denke ich, jetzt schon programmieren. Kaufen Sie sich mal eins und spielen mal ein bisschen mit rum, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann lernen Sie nochmal praktische Dinge, die Sie in der Vorlesung theoretisch gesehen haben. Ja, das waren die PAL. Okay, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu Laufzeiteffekten. Wir wollen jetzt ein paar Dinge kennenlernen und zwar zunächst mal ein einfaches Modell für Laufzeiteffekte an einem Gate, Hazardfehler, die Analyse davon und das beheben. Das werden wir heute nicht mehr alles schaffen, denke ich, aber wir werden die ersten beiden Punkte auf jeden Fall schaffen und dann haben wir ja noch eine Vorlesung vor Weihnachten am nächsten Montag und dann werde ich das Kapitel, denke ich, abschließen und dann können wir dann mit Schaltwerken anfangen im neuen Jahr. Ja, ich denke, das wäre ein guter Plan. Ich hoffe, das kriegen wir heute hin. So, wir haben bisher gesagt auf der Gatter-Ebene, die Gatter waren ideale, logische Verknüpfungen. Ja, das bedeutet, keine Verzögerungen, ja, Signale werden exakt übertragen und so weiter, aber das ist eben nicht so. Wir haben ja Transistoren, Widerstände, Kapazitäten und so weiter, wobei wir manche Widerstände und Kapazitäten, wie gerade gesagt, ja gar nicht absichtlich einbauen, sondern das sind im Prinzip Dreckeffekte. Das heißt, Kapazitäten entwickeln sich durch Leitungen, sogar kurze Leitungen entwickeln Kapazitäten. Sie haben ohmsche Widerstände, einfach durch den Leitungswiderstand, weil die so einen geringen Querschnitt haben und so weiter. Das heißt, das will man ja typischerweise gar nicht. Wir hätten ja gerne ideale Transistoren, aber auch bei den Transistoren haben wir gesehen, dass das nicht so ideal ist. Ein NMOS beispielsweise sperrt nicht perfekt, öffnet nicht perfekt und was weiß ich. Das heißt also, wir haben da immer Dreckeffekte. Das heißt also, der zeitliche Signalverlauf, wenn wir so ein reales gerade betrachten, der ist natürlich anders als das einer idealen Bulschen Größe. Aber das haben wir ja schon in einer der ersten Vorlesungen gesagt, ja ganz am Anfang in diesem Semester, ja dass wir im Prinzip gerade digital auswerten, um sozusagen die Dreckeffekte der analogen Verarbeitung ausmerzen zu können. Deswegen so Thresholds einführen, ja und versuchen damit, ja so was ideal Bulsches zu bekommen. Aber bei der Todzeit, werden wir jetzt sehen, ist das schwierig auszumerzen. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier so einen Signalverlauf, also das wäre, der reale Verlauf wäre das x von t und y von t. Das wäre hier gezeigt, das wäre so was wirklich rechteckförmiges. Ja, die Eingangsspannung erreicht typischerweise noch nicht mal hier den Maximalwert oder den Minimalwert. Die ist auch schon ziemlich verschliffen. Das heißt also, sogar die Eingangsspannung ist schon nicht das, was wir uns eigentlich vorstellen. Bei der Ausgangsspannung ist es jetzt so, da sollte jetzt ja bei so einem Inverter sollte einfach y von t sollte negiert x von t sein. Wäre also das hier. Was wir jetzt sehen, wir gehen auch nicht exakt auf 0 runter. Das haben wir ja schon diskutiert bei den entsprechenden Bausteinen. Wir kommen nicht exakt auf die 1 hier. Und wir haben hier so einen Effekt, wir haben so ein Einschwingen. Das heißt, wir haben erstmal überhaupt, also wenn das Einschwingen jetzt folgendermaßen aussehen, in dieser Form, dann wäre das ja, und ich hoffe, das wissen Sie inzwischen schon, ein Glied erster Ordnung, PT1-Glied. Das wäre Verzögerung erster Ordnung, das heißt dynamisches System, was im Prinzip hier eine Verzögerung durchführt. Hier ist es jetzt so, dass wir erstmal ein bisschen noch konstant bleiben, dann überschwingen und so weiter, und an was erinnert Sie das? An eine Masse. Das heißt also, das ist jetzt das Verhalten einer Masse, also muss das wohl ungefähr zweiter Ordnung sein. Das heißt, wenn Sie einen Pendel haben oder irgendwas, haben Sie genau diesen Effekt. Das heißt, Sie haben hier so eine Massenträgheit im System, das heißt also, offenbar ist so ein Inverter dann, also so ein echtes Gatter, ein System zweiter Ordnung. So müssten wir es eigentlich modellieren, nur wenn wir das machen würden, würden wir in Teufelsküche kommen, weil das, also solche Systeme jetzt zu verketten und damit gescheit zu rechnen, das wäre erstmal übertrieben. Das machen dann Simulationssysteme, also wenn Sie sich so P-Spice oder solche Systeme anschauen, die arbeiten dann wirklich natürlich mit diesen Modellen und die können Ihnen am Ende auch eine entsprechende Signalform ausgeben. Das können wir nicht analytisch machen und nicht in der Vorlesung, da würde ich jetzt auch als Dozent verrückt werden, das kann ich Ihnen gar nicht erklären, das wäre zu kompliziert. Da würden wir nicht auf den grünen Zweig kommen, bei einer ordentlichen Schaltungsgröße. Deswegen, was machen wir? Wir sagen jetzt, wir schneiden hier einfach ab, wir sagen, wir nehmen irgendwo wieder so ein Threshold und sagen, okay, dann geht es wohl bis hier und hier geht es wohl ungefähr bis hier und so ist es ja auch vernünftig, weil natürlich die Schaltung intern mit solchen Thresholds arbeitet. und das heißt, klar, es gibt jetzt verschiedene komplexe Modelle und was wir nehmen, ist das Todzeitmodell, das heißt also, wir berücksichtigen lediglich die Verzögerungen und verlassen uns dann darauf, dass wir entsprechende Stufen eingebaut haben, die sagen, ja, das ist jetzt unter low, das ist jetzt über high und wir haben da entsprechende Stufen und können wir genau sagen, das ist jetzt der Wahrheitswert oder der Wahrheitswert. Das ist die Idee dabei. Und diese Todzeitmodelle sind trotzdem nicht ganz trivial. Schauen wir uns das mal an, also deswegen jetzt ein extra Kapitel dazu. Das soll jetzt ein reales Verknüpfungsglied modellieren und zwar durch das ideale Verknüpfungsglied. Da steht jetzt nichts drin, das könnte ja alles sein, könnte ein Undgatter sein, ein Odergatter sein oder irgendwas und das Todzeitglied ist jetzt eine reine Verzögerung, die nachgeschaltet ist. Die steht jetzt für die Schaltzeit, Leitungsverzögerungen, für alles, was ihnen passieren kann, für alle Dreckeffekte, die sozusagen dieses Gatter mit sich bringt. Und wir haben hier jetzt bewusst, da können wir nochmal darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, wir haben jetzt hier keine Pfeile eingezeichnet. Hier beispielsweise werden Pfeile gar nicht schlecht. Bei den amerikanischen Schaltsymbolen wissen Sie vielleicht, die haben eine Richtung, da hat man immer so einen Richtungspfeil, das haben wir in der deutschen DIN-Norm nicht mehr, deswegen muss man jetzt darüber nachdenken, aber das ist in der DIN-Norm leider auch nicht enthalten, dass man vielleicht sogar mal ab und zu über Richtungspfeile diskutiert, weil die Schaltung könnte ich natürlich auch so rum interpretieren. Also denken Sie gleich mal dran, wenn Sie da Fragen haben, in welche Richtung ich denke, es geht immer gedanklich von links nach rechts. Deswegen sollte es eigentlich eindeutig sein. Und dadurch, dass die Schaltung nachher in Bäume zerfallen, die von links nach rechts betrachtet werden, soll es eindeutig sein. Also das wäre die Idee, wir teilen das reale Bauteil auf in ein Ideales plus eine isoliert stehende Verzögerung. So, und das heißt, wenn wir jetzt eine binäre Größe haben hinter einem Todzeitglied, ist es also dasselbe wie vor dem, aber eben um Tau versetzt. Das heißt also, wenn wir so etwas haben wie A von T, dann ist das, was rauskommt, B von T ist A von T minus Tau. Und das bezeichnen wir dann durch so ein Todzeitglied. Ja, und jetzt ganz simpel, ich glaube, jetzt beginnt es dann langweilig zu werden, weil das ziemlich klar ist, wenn ich einen Inverter habe und der Inverter hat, also das wäre ein realer Inverter und der Inverter hat ein Todzeitglied nachgeschaltet, dann würde ich jetzt, wenn ich jetzt hier so eine Spannung anschalte, X von T, na gut, dann hätte der halt hier die Verzögerung Tau invertiert dann und ist hier hinten noch auf 1, wenn der schon lange wieder auf 1 ist, was wir ja nicht erwarten würden normal. Ja, das heißt also, das wäre ein sehr einfaches Modell für so einen Inverter und wenn Sie jetzt noch gedanklich, die Kanten hier so ein bisschen verschleifen, ja, dann hätten wir da noch sozusagen ein bisschen Dynamik drin, die wir jetzt ja weglassen wollen. Ja, das wäre also so ein Todzeitmodell. Jetzt kann man sich überlegen, wenn ich jetzt so eine Schaltung habe, also ich habe die Leitung und die Leitung invertiert, ja, so E kommt rein, jetzt invertiere ich E und ich verodere das Ganze und ich will A haben, dann ist ja A, E oder nicht oder E nicht ist 1. Beide Gatter haben jetzt eine Verzögerung von einer Nanosekunde, ja, das heißt, dieses Gatter und dieses Gatter. Naja, jetzt können Sie sich natürlich überlegen, das ist natürlich ein schöner Knalleffekt, ja, sonst würden wir Ihnen das ja nicht zeigen. Jetzt passiert natürlich ein Unglück und das ist ja genau das, ich habe es mit einem ja Kommilitonen irgendwann auch mal diskutiert vor kurzem, ja, wenn man zum Beispiel dieses Und-Gatter mit 17 Eingängen hat, warum man das nicht vereinfachen kann, das ist genau der Effekt. Jetzt können Sie nämlich hier nicht kompensieren, Sie können hier nicht einfach Zweinwerte reinsetzen oder sowas, um die Laufzeit zu kompensieren, also das ist echt schwierig, diese Schaltung aufzubauen. Sie hat ja auch keinen Sinn, also diese Schaltung ist sinnfrei, klar, aber Sie könnten so eine Schaltung jetzt gar nicht so einfach von diesem, ja, Effekt befreien, dass Sie nämlich hier unten eine Laufzeit haben und da oben nicht. Naja, und was wird wohl passieren? Sie werden einen Einbruch haben. Ja, und das kann man sich jetzt schön überlegen. Wenn wir uns das mal anschauen, gehen wir mal da rein. Ich glaube, da muss ich ein bisschen reinmalen, damit man das gut sieht. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, wenn ich jetzt hier oben eine 0 anlege und eine 1, dann kann ich mir überlegen, ich glaube, ich hatte hier unten diesen Eingang E-Quer, ja, habe ich den genannt? ja, der nicht Verzögerte, der wäre jetzt ja dann, also wenn wir von vorne rein sagen, wir hätten hier nur Nuller vorher, ja, hier vorne kommen nur Nuller, das heißt, ich male das mal rein, vorne wären also bis dahin nur Nuller, bis hierhin wären nur Einser, dann würde er ja jetzt hier unten wohl mit einer 1 reagieren. Ja, genau, und jetzt gehen wir mal weiter mit einer 1 und dadurch, dass das verzögert wird, bleibt natürlich hier sowieso die 1 stehen, die wir hier schon hatten. Ja, weil hier vor war ja auch eine 0, dann war davor auch eine 1, dann kommt hier auch eine 1 in. So, das heißt, das bleibt wohl auf 1 erstmal am Ausgang. Den Ausgang können wir uns auch anschauen, wir können ja auch vor allem mal anschauen, wie es hier aussieht. Den hatte ich jetzt A' genannt und da würden wir ja, wenn wir hier anfangen, auch erstmal eine 1 haben und dann eine 1. So, und hier vorne käme jetzt eine 0. Ja, und wenn ich jetzt hier einfach weitermache, ja, bekomme ich hier eine 1, dann müsste ich hier vorne eine 0 bekommen. Ja, und irgendwann kommt dann sozusagen verzögert ja, diese 0 auch hier durch. Ja, Sie sehen, diese 0 kommt dann hier jetzt verzögert durch, dann müssen wir hier entsprechend verodern. Na ja, und dann sind wir immer noch ja, 1 oder 1 1 oder 0, das heißt, hier oben bekommen wir auch noch eine 1. So, und jetzt bekommen wir hier mal eine 0 und dann, wenn da eine 0 kommt, muss hier eine 1 hin und ich decke das mal alles auf, ja, wir machen das mal weiter. so, und wenn ich das jetzt hier unten einzeichne, dann kann ich ja sagen, ich habe hier oben 1, 0, 0, 1, 1, 1, ja, und dann ist klar, das zeitverzögert hierzu natürlich hier 1, 1 und dann kommen die beiden Nuller, dann kommen die beiden Einser hier. Die 1, letzte 1 habe ich hier nicht mehr eingezeichnet und hier oben muss es entsprechend sein, weil das ja verodert ist, haben wir hier dann nur einmal eine 0, nämlich bei den beiden grünen Nullern, haben wir hier eine 0 und dann muss ich das Ganze nur noch verzögern um Tau, ja, das heißt, also um Tau kommt das jetzt hier hinten raus, um Tau kommt das jetzt hier hinten raus, ja, das heißt, also ich habe hier die Einser, aber um eine verzögert und dann kommt hier die 0, die 1 hier und das ist dann das Ausgangsdiagramm. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man das hier unten einzeichnet, dann könnte ich mir auch noch sowas einzeichnen wie E quer, das hatten wir ja gerade, E quer wäre offenbar das, ja, und dann kann ich mir auch noch so ein A quer einzeichnen, ich hoffe, das passt noch, so ein A Strich, was ich da hatte, ja, so ein A Strich, das wäre ja wohl, A Strich ist ja die Veroderung von dem Verzögerten, ja, E und E quer und dem E, das heißt also, an der Stelle messe ich ja wohl Folgendes, das heißt, hier bekäme ich jetzt vorher den Einbruch und dieser Einbruch würde dann um 1 Zeit verzögert und um 1 Zeit verzögert und dann nach außen ausgegeben, ist das klar? Also so sieht das aus, das heißt, wir haben da den kleinen Einbruch und ich denke, es ist einfach zu sehen, wenn wir praktisch hier das E quer einzeichnen, dass wir dann praktisch das A Strich, das könnte man eigentlich sogar weglassen, das zweite Tau ist jetzt gar nicht mal so relevant, es geht jetzt sogar darum, dass wir vielleicht bei dem A Strich sehen, dass es da einen Einbruch gibt, denn den dürfte es nicht geben, normalerweise ohne die Zeitverzögerung müsste das ganze Ding konstant bleiben, klar. Ja, Fragen? Ist einfach, oder? Okay. Gut. Dann wollen wir bei einer Änderung der Eingangsbelegung wissen, wie verhält sich ein Schaltnetz? Bei einem idealen Schaltnetz wird sich das Ausgangssignal nicht ändern, wenn die alten und die neuen Belegungen denselben logischen Ausgangswert geben. Und das Ausgangssignal ändert sich genau einmal, wenn wir verschiedene Belegungen haben, die zu verschiedenen Ausgängen führen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir Hazards. Bei einem realen Schaltnetz ist es eben so, dass wir die Änderung auf verschiedenen langen Wegen mit verschiedenen Verzögerungen durch das Schaltnetz laufen lassen. Und dann kann es eben sein, dass wir mehrfach Änderungen haben. Und das ist unerwünscht. Ja, das ist ja genauso, wenn Sie jetzt einen Lichtschalter drücken. Sie gehen zum Lichtschalter, drücken drauf und Sie kennen das Prellen eines Lichtschalters. Sie drücken drauf und das Licht geht aus, an, aus. Ich meine, das ist vielleicht nicht das, was Sie sich wünschen. Deswegen sind Lichtschalter häufig elektronisch entprellt. Also zum Beispiel in diesem Hörsaal. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Und das heißt, wenn wir so mehrfach Änderungen haben, bis sich so ein stabiler Endwert einstellt, dann sprechen wir von einem Hazard-Fehler. Und wir wollen uns jetzt dieses Beispiel anschauen. Das wird uns jetzt verfolgen. Ja, wir haben also so ein Beispiel, wo wir sagen, wir haben E1 nicht und E2 oder E1 und E3. Das ist jetzt hier mal dargestellt. so würden wir das jetzt realisieren. Und ganz wichtig, das ist eine mögliche Realisierung davon. Das könnten Sie auch anders machen. Das heißt, wir haben den Funktionswert, also diese Funktion und wir haben eine entsprechende Struktur dazu. Das wird uns gleich auch noch verfolgen. Und jetzt sagen wir, dieses Gatter, der Inverter, hat nur Tau. Das Und hat auch nur Tau-Verzögerung. Dieses Und hat aber drei Tau-Verzögerungen und das Oder hat Tau-Verzögerung. Das ist das entsprechende KV-Diagramm, wo wir denn die entsprechenden Einsen haben. Na gut, das ist ziemlich einfach, oder? E1 nicht, das sind diese hier und E2, das heißt, Sie haben die beiden Einsen oder E1 und E3, das sind also die beiden Einsen. Also klar, das ist das KV-Diagramm dazu und damit wollen wir jetzt arbeiten. Wir wollen jetzt folgende Eingabewechsel betrachten. E2, E3, die sollen konstant auf 1 sein, um es zu vereinfachen. Damit wir mal sehen, was ist denn, wenn ich nur eine einzelne Eingabe ändere und der Eingang E1, der wechselt jetzt von 0 auf 1 und das gleiche dann, das wäre A, das ist B, das gleiche dann, wenn E1 von 1 auf 0 wechselt. Das heißt, wir wollen nur E1 wechseln lassen. Wir werden gleich sehen, bei einem Funktionsherzert macht das nichts, bei einem Strukturherzert, da kommen wir gleich noch zu diesen Begriffen, macht das was oder kann etwas machen. Okay, jetzt die Funktionswerte bei den Eingaben. Das ist klar. Für die Eingabe 0, 1, 1 sind wir hier. Für die Eingabe 1, 1, 1 ist klar, sind wir genau an der Stelle. Ja, alles wunderbar. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt einen Übergang habe, ich möchte jetzt von dieser Eingabe zu dieser Eingabe, das heißt also auch dann von diesem Ausgangswert zu diesem Ausgangswert, werden wir gleich noch definieren, das ist ein sogenannter Übergang. diesen Übergang, da darf sich das A nicht ändern, sondern muss konstant 1 bleiben, weil es hat sich ja für den Ausgang nichts geändert. Und genau das können wir nicht gewährleisten. Es kann eben sein, dass bei diesem Übergang, wo ich nur E1 ende, dass das A sich ändert und nicht konstant 1 bleibt. Und das können wir eben nicht garantieren. Und das können wir uns jetzt mal hier überlegen. Ich gehe mal durch. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Eingabewechsel von E1 von 0 nach 1. E2 und E3 sind 1. Und wir schauen uns das an. Wir wollen jetzt mal beispielsweise X1 berechnen. Ja, X1 wäre hier. X1 ist einfach nur verzögert, invertiert von E1. Das heißt, wir invertieren, verzögern, ja klar. Also das invertierte Signal verzögert, also nach rechts verschoben. X2 wäre jetzt hier. Das wäre also die Verundung von X1 und E2. Das heißt, wir wollen E2 und X1 verunden. Die sind bis hierhin verundet. Und dann haben wir aber noch eine Verzögerung um Tau. Das heißt, es muss hier hinten entsprechend mit Tau verzögert runtergehen. Klar, oder? Dann wollen wir jetzt X3 haben. X3 kriegt X1 und E3. Also X1 und E3 verundet und dann haben 3 Tau verzögert. Das heißt, wir müssen jetzt hier verunden, dann um 3 Tau verzögern und dann kommt der erst auf 1. Ja, und dann schließlich müssen wir noch verodern, X2 und X3. Das heißt, die beiden verodern. Das heißt also, es ist entweder X2, der ist hier auf 1 oder X3, der ist hier auf 1 und dann noch um Tau verzögert. Das heißt also, der muss im Grunde genommen hier um Tau verzögert erst reagieren. Schauen wir uns das an. Verzögert, verzögert. Jetzt kommt er erst zu sich, weil wir ja hier sozusagen diese Veroderung haben. Das heißt also, wir haben hier den Einbruch für A. Und das heißt, Problem ist also, wir haben hier wirklich anschaulich im Zeitdiagramm, was man nicht immer machen kann. Deswegen werden wir das natürlich niemals so machen, sondern das ist jetzt einmal eine Verdeutlichung, dass man so vorgehen könnte und dass Sie das so sehen können. Aber das würden wir nicht in der Praxis so machen. Bei einem großen Diagramm, bei einer großen Schaltung können Sie so nicht arbeiten. Das müssen wir schon geschickter machen und das werden wir auch geschickter machen. Das heißt, hier haben wir einen Hazard-Fehler und jetzt noch ganz kurz, wenn Sie das andersrum machen, das heißt, Sie schalten von 1 nach 0, da kann ich jetzt mal schnell durchgehen, dann ist es so, dass Sie, wenn wir das so anklicken, mit den gleichen Verzögerungen, die wir gerade hatten, jetzt für x3, dass Sie jetzt diesen Hazard nicht haben. Das heißt also, hier geht es jetzt durch, das heißt, das Ganze hängt also wirklich vom Übergang ab. Hier haben wir jetzt keinen Hazard-Fehler und das werden wir jetzt gleich noch klassifizieren. Warum kann das sein? Wir haben die gleiche Schaltung, zwei verschiedene Übergänge, haben Hazard-Fehler. Jetzt müssen wir überlegen, was ist eigentlich ein Hazard und was ist ein Hazard-Fehler. Und wenn wir jetzt als Ergebnis mal anschauen, beim Wechsel E1 von 0 auf 1 ist es nicht ständig korrekt, haben wir einen Hazard-Fehler und bei dem anderen Übergang, bei dem B-Übergang von 1 auf 0 ist es korrekt. Und wir hatten also gerade gesehen, dass wir bei einer Schaltung auch ganz manuell, so auf, sag ich mal, Hausmacherart, so einen Hazard-Fehler feststellen können. Wie gesagt, das ist nicht das Ziel, das so zu machen. Wir sehen aber anschaulich, es gibt Fehler. Das heißt, es gibt so einen Einbruch, wo wir eigentlich keinen erwarten und komischerweise nur bei einem Wechsel, bei dem anderen nicht. Das heißt also, es hängt offenbar vom Übergang ab, was schon mal auch eine wichtige Einsicht ist. Das heißt also, sein Hazard-Fehler wird sich auf einen konkreten Übergang beziehen. Das ist also nicht für alle Übergänge, sondern nur für einen konkreten Übergang. Und jetzt, was wir machen wollen, ist, wir wollen jetzt eine Trennung von Verzögerungs- und Verknüpfungsteilen durchführen. Die Idee ist also, dass wir alle Verzögerungszeiten jetzt irgendwie zusammenfassen. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Da werde ich Ihnen jetzt mal gleich so ein paar Theoreme zeigen. Wir wollen also Schaltnetzteilen in einen reinen Verzögerungsteil und dann einen reinen Verknüpfungsteil und der Verknüpfungsteil soll ein Baum sein. Das heißt, wir wollen nur noch so eine Baumstruktur übrig behalten. Und da müssen wir jetzt uns was anschauen. Und zwar können wir uns mal so Eigenschaften von Todzeiten anschauen. Ja, ich schreibe das mal hin. Also Eigenschaften von Todzeiten und da gibt es gleich eine schöne Eigenschaft und zwar die Addierbarkeit. Und ich glaube, das muss man sich einfach mal zu Gemüte führen, damit einem klar ist, dass es auch so stimmt. Sonst glaube ich, sind die nachfolgenden Herleitungen etwas verwirrend. Und zwar wenn ich jetzt sage, ich habe eine Kette von Todzeiten und bei der Kette beschränke ich mich jetzt mal auf 2, weil wenn ich das für 2 hergeleitet habe, kann ich das ja wohl offenbar auf mehrere ausdehnen. Das heißt, ich habe hier A von T, B von T und C von T. So, und jetzt habe ich hier jeweils eine Verzögerung drin. Die habe ich jetzt unterschiedlich gemacht. Wir werden in der Vorlesung eigentlich fast immer mit einer Verzögerung und Vielfachen davon arbeiten, aber das ist ja auch egal. Tau 2 könnte ja ein Vielfaches von Tau 1 sein. So, und jetzt wie bekomme ich jetzt eine Zusammenfassung von diesen beiden Todzeiten? Da kann ich mir jetzt ja überlegen, wenn ich das sauber hinschreibe, kann ich ja sagen, dass B von T ist einfach A von T minus Tau 1. So haben wir es ja definiert. Also das Tau bedeutet ja immer, dass ich den Ausgangswert um Tau verschiebe und das Minus bedeutet Rechtsverschiebung in der Zeit. Klar, das erinnern Sie sich ja noch vielleicht aus den Mathematikvorlesungen, also eine Rechtsverschiebung in der Zeit. Und jetzt kann ich sagen, dann ist das C von T das ist ja dann B von T minus Tau 2. Also habe ich B von T minus Tau 2. Wenn das aber B von T minus Tau 2 ist, dann kann ich ja B von T wieder einsetzen. Dann kann ich also das B einsetzen, das wäre dann ja A von T minus Tau 1 minus Tau 2. Und jetzt fasse ich das wieder zusammen, indem ich sage, das ist dann A von T minus und dann Klammer auf Tau 1 plus Tau 2. Ja, und damit kann ich ja und ich denke, das ist einleuchten, oder? Also unterbrechen Sie mich, wenn es Fragen gibt, ja. Das ist einleuchten, dass ich jetzt zusammenfassen kann, dass ich jetzt ein großes Diagramm malen kann, Tau 1 plus Tau 2 und dann habe ich halt am Ende nur noch C von T und am Eingang nur noch A von T. Ja? Das heißt also, ich darf offenbar solche Todzeiten zusammenfassen, wenn sie denn hintereinander kommen, wenn sie hintereinander auftreten. Das ist eine Sache, die wir brauchen. Wir haben ja gesagt, wir wollen sie addieren, wir wollen sie durchschieben und jetzt brauchen wir noch so eine Art Durchschiebbarkeitsregel, ja, die noch hier zukommt, weil hier müssen sie erstmal in einem Pfad liegen sozusagen, ja, es darf nichts dazwischen sein. Das heißt, was passiert denn, wenn ich jetzt das Ganze mache und jetzt komme ich mal zu Eigenschaften von Todzeiten, wenn wir jetzt Durchschiebbarkeit haben, also das heißt, nochmal, Eigenschaften von Todzeiten, und dann haben wir so etwas wie Durchschiebbarkeit. Und das ist gar nicht so klar, dass man das machen kann, deswegen muss man sich das mal vergegenwärtigen. Also wir haben eine Funktion und vielleicht mache ich das jetzt, ich habe es mir jetzt mal etwas anders hier aufgeschrieben, aber ich mache es vielleicht noch mit zwei Eingängen. Also ich habe eine Funktion f und die Funktion f hat einfach zwei Eingänge, nämlich sie hat die Eingänge a1 von t und a2 von t. Das vereinfacht das vielleicht etwas. Dann bekomme ich hier hinten ein b von t raus und habe dann eine Verzögerung, tau, und dann hinten kommt, ja, da war ich wenig kreativ mit den Namen, das habe ich dann jetzt einfach wieder c von t genannt. Und die Frage ist doch jetzt, kann ich mit diesem tau etwas anfangen und ja, man kann das durch diese entsprechende Funktion f durchschieben, aber warum? Und das können wir uns vielleicht mal überlegen. Also das b von t ist ja offenbar f von a1 von t und a2 von t. So, und jetzt kommen wir zur Verkettung von Funktionen, also eine Komposition von Funktionen. Die Funktionen werden zwar in der Buhl'schen Algebra nicht so wahnsinnig kompliziert sein, aber ich habe ja gesagt, eigentlich verketten wir da wirklich Funktionen, das heißt also Zeitabläufe. Es ist nicht so, dass die Buhl'schen Funktionen in der Realität wirklich so auftreten. Wir haben ja gerade gesehen, die sind verschmiert, ja, verzögert, die erreichen nicht die richtigen Werte und so weiter. Das heißt, wir müssen da wirklich mit kompletten Zeitfunktionen arbeiten. Deswegen ist es sinnvoll, hier mit dieser Funktion f zu arbeiten. So, und dann kann ich sagen, wenn ich das B von T habe, dann ist ja C von T ist ja einfach das B von T minus Tau. Wir haben ja nur eine Verzögerung hier drin und dann kann ich ja einsetzen und das ist dann einfach F von T oder F von A1 und dann von dem T minus Tau und A2 von T minus Tau und dann sehen Sie, dass wir jetzt hier im Grunde genommen sehr einfach herleiten konnten, dass das C, der Ausgang, jetzt einfach nur noch abhängt von dem F und den verzögerten Eingabewerten und das können wir uns jetzt mal hinmalen. Das heißt also, wir haben jetzt hier wieder unsere Funktion f und wir haben den Ausgang C von T und am Eingang, ich mache das mal mit ein bisschen Abstand hier, haben wir jetzt ein Tau und hier haben wir ein Tau und die Werte gehen hier rein. So, und jetzt hier am Eingang haben wir A1 von T, A2 von T und hier haben wir dann eben A1 von T minus Tau und hier unten haben wir A2 von T minus Tau. Ist im Skript leider übrigens falsch, ja, das können Sie da gleich korrigieren, wenn Sie das Skript vorliegen haben. Also das heißt, A1 von T minus Tau und A2 von T minus Tau und das heißt, wir können die Funktionen so umformen. Ja, und was ist jetzt das Schöne dabei? So, was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt dieses Tau, das können wir jetzt also durch die Funktion f nach vorne schieben in die Eingänge rein und damit haben wir jetzt die beiden Möglichkeiten, wir können jetzt das Tau nach vorne schieben, können wir jetzt verschiedene Taus nach vorne schieben, können wir die aufaddieren und wir versuchen jetzt im Prinzip hier vorne im Eingangsbereich diese ganzen Verzögerungen zu sammeln. Das ist die Idee. Ist das klar oder gibt es Fragen soweit? Okay, dann schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Und bei dem Beispiel, da male ich Ihnen jetzt mal was ein und zwar, das wäre jetzt erstmal, wenn man das Verzögerungsmodell direkt hinter den Gattern hat. Das heißt also, ich lege immer das Tau, drei Tau, so wie gerade gesagt, Tau, Tau und so weiter hinter die Gatter. So, und was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich doch im Prinzip diese beiden Theoreme nehmen und kann jetzt mal versuchen, einfach die Dinge durchzuschieben. Und das heißt, was machen wir denn zuerst? Wir schieben doch jetzt das Tau erstmal nach vorne durch. Das heißt also, ich lösche das letzte Tau und schiebe das mal hier hin und nenne das mal Tau und das mal Tau. Und dann ist das hier hinten weg und wir haben hier eine Durchverbindung. Das können wir machen. Jetzt darf ich ja nach unserem Theorem gerade, das war die Durchschiebung, jetzt darf ich nach unserem Theorem die beiden zusammenfügen und die beiden zusammenfügen. Das heißt, ich darf jetzt also sagen, dass ich hier zwei Tau hinschreibe, dann lösche ich den wieder und hier darf ich entsprechend vier Tau hinschreiben. Dann lösche ich den wieder. Ja, dann sind wir so weit. Und jetzt kann ich hier vorne die vier Tau, die darf ich jetzt hier vorne durchschieben. Das ist also sehr einfach. Das heißt, ich nehme also hier an, ich hätte hier vier Tau und lösche den wieder, habe hier wieder eine Durchverbindung und dann hier vorne habe ich natürlich, muss ich hier oben reinmalen, ja, vier Tau. Ja, der muss ja durch beide durchgeschoben werden. Ich möchte ihn ja in beide Eingänge hineinschieben. Hier vorne bei dem Zwei Tau genauso. Ich schiebe mir also dann hier die Zwei Tau rein und ja, hier müssten dann drei Tau reinkommen. Genau, hätte ich hier drei Tau. Dann darf ich den löschen. Dann bin ich da schon fertig. Ich habe hier also eine Durchverbindung und dann kann ich die drei Tau noch hier vorne reinschreiben. Ja, und dann habe ich den hier gelöscht. Ja, ist das verständlich? Ja, das heißt also, ich nutze im Prinzip diese, jetzt muss ich mit dem Kabel aufpassen, diese sozusagen Durchschiebbarkeit und Addition, die ich da verwenden kann, ja, indem ich das sukzessive jetzt durch die Schaltung nach vorne schiebe und jetzt haben wir alle Verzögerungen hier vorne in dem Bereich und genau das wollen wir erreichen. Ja, das heißt also, das wäre dann das etwas sauberer, sauber gezeichnete Endresultat. Das heißt also, wir haben jetzt hier drei Tau, zwei Tau, vier Tau, vier Tau und das wäre jetzt hier der reine Verzögerungsteil und hier hinten hätten wir einen idealen Verknüpfungsteil, ja, der praktisch keine Verzögerung mehr enthält, der sozusagen nur noch die Struktur der entsprechenden Schaltung darstellt. So, und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, dass es noch ein kleines Problem geben könnte. Wir könnten nämlich noch folgendes Problem haben, Mehrfachnutzung, ja, also ich sage mal wieder Eigenschaften von Todzeiten, also Eigenschaften, Eigenschaften von Todzeiten, Eigenschaften von Todzeiten mit Mehrfachnutzung. Ja, jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir eventuell mehrere, also ein Bauteil mehrfach nutzen und da habe ich folgendes Beispiel mal überlegt und zwar, wir haben eine Funktion f1 gefolgt von einer Todzeit tau und das spaltet sich jetzt auf, das heißt, wir nutzen jetzt diesen Pfad mehrfach, das teilt sich jetzt auf in eine Funktion f2, eine Funktion f3 und die haben auch wieder Todzeiten, aber die obere hat eine Todzeit von tau, sonst hätten wir kein Problem und die untere aber nicht. Die untere hat eine Todzeit von 2 tau. So, und jetzt auch hier wieder mit den Bezeichnungen, also wir nennen das, was hier vorne reingeht, a von t, was rausgeht, b von t, c von t und wir haben so eine innere Größe, d von t. Und jetzt haben wir das Problem, wenn ich das jetzt vereinfachen möchte, komme ich nicht klar, ich habe hier jetzt einen Widerspruch. Oder? Ich hoffe, das sehen Sie. wenn ich jetzt vereinfachen möchte und ich möchte das tau hier durchschieben, das 2 tau hier durchschieben, kann ich das tau hiermit nicht anreichern. Das heißt also, es ist nicht möglich, dass ich jetzt sage, es gibt ja einmal 2 tau und einmal 3 tau und was ich jetzt machen muss, ich muss die Schaltung im Prinzip etwas redundanter hinschreiben. Ich muss also diesen ersten Eingangsteil, dieses f1 und tau, das muss ich jetzt redundanter hinschreiben und das machen wir jetzt folgendermaßen, dass wir das einfach verdoppeln. Das heißt also, ich schreibe jetzt das f1 und das tau, das schreibe ich jetzt einfach doppelt hin. Hier nochmal f1 und tau, das schreibe ich jetzt doppelt hin. Also wir haben es zweimal genutzt und dann verbinde ich die aber vorne zu dem entsprechenden a von t. Und jetzt kann ich im Prinzip hier vorne gleich anschließen mit f2. Das können die jetzt auch gleich in einem machen, aber das ist vielleicht schöner in zwei Schritten. Ja, mit f3, tau und hier unten 2 tau. Hier kommen dann wieder b von t und c von t raus. Ja, und jetzt kann ich zusammenfassen und jetzt kann ich wieder alles durchschieben, kann wieder die taus ganz nach vorne schieben und bekomme dann sowas wie, dass ich 2 tau, 3 tau hier als Blöcke habe und danach kommen dann eben f1, f2, hier kommen f1, f3 und f1 kommt eben zweimal vor. Ja, und das heißt, das ist jetzt hier unser Endergebnis, dass wir jetzt hier b von t bekommen und hier c von t und hier vorne kommt a von t rein. Ja, und hier oben wäre übrigens noch das d von t verfügbar. Ja, das heißt, das d von t steht noch an dieser Stelle. Ja, ich hoffe, das ist klar. Das heißt also, wir können jetzt gerade, wenn so ein pathologischer Fall kommt, wo ich jetzt eigentlich hier gar nicht mehr sinnvoll zusammenfassen kann, dann muss ich einfach den Teil, diesen Pfad, der mehrfach genutzt wird, den muss ich einfach entsprechend mehrfach aufteilen, soweit es geht. Ja, und dann kann ich die normalen Addition- und Durchschiebregeln verwenden. Ja, und das können wir nochmal machen. Ist das klar soweit? Das können wir nochmal machen an einem Beispiel. Da haben wir das Problem nämlich, wenn Sie sich dieses Beispiel anschauen, dann haben wir jetzt den Inverter und die Verzögerung hier mehrfach genutzt, weil die ja in diesen entsprechenden Signalpfad hier eingreift, in diesen und in diesen. Und was wir jetzt machen können ist, wir können das ja mal sukzessive auch durchspielen. Dann können wir ja zunächst mal das Tau hier reinziehen. Wir können also das Tau hier hinten, das können wir streichen, durch eine Durchverbindung ersetzen und sagen dann, das sind drei und das sind zwei. Ja und wenn ich das jetzt aber reinziehe, haben wir das gleiche Problem wie gerade in dem Beispiel. Wenn ich diese drei Tau hier durchziehe, hier oben ist kein Problem, aber wenn ich die drei hier unten reinziehe und die zwei hier unten, das wird inkonsistent. Das heißt, ich muss sozusagen erstmal diese Schaltung verdoppeln. Das heißt also, ich beginne mal mit dem Inverter und verdoppel den jetzt einfach mal hier mit einem Tau. Zieh den hier dran und diese Verbindung hier wird gekappt. Und das heißt, das E2 liegt jetzt sozusagen hier an beiden dran. So und was ich jetzt machen kann, wenn das gekappt ist, dann kann ich ja jetzt die drei Tau, die kann ich jetzt hier durchziehen. Das heißt, ich habe hier oben drei Tau, streiche die hier hinten wieder, habe dann hier drei Tau, dann müsste man hier vier Tau haben und jetzt kann ich die vier Tau, die kann ich hier vorne reinziehen, kann die also auch da wieder streichen, ziehe die hier vorne rein, kann die hier wieder streichen und hier unten kann ich zwei Tau reinziehen, das heißt, ich bekomme hier zwei Tau, streiche die hier hinten, bekomme hier drei Tau, weil ich die da reinziehe und jetzt kann ich die drei Tau auch nochmal nach vorne ziehen, bekomme hier drei Tau und streiche die hier wieder. Das heißt, so können wir sukzessive durchschieben und addieren und bekommen damit am Ende wieder diese Eingangsvorgabe, das heißt also, wir trennen wieder die Verzögerung und die Verknüpfung und das sieht dann wieder folgendermaßen aus, Sie sehen, wir haben die Verdopplung von dem Inverter, aber wir haben alle Verzögerungen nach vorne geschoben, haben also wieder den Verzögerungsanteil, Verknüpfungsanteil und das hier hinten ist ein rein bulgesches, also ideales bulgesches Verknüpfungsglied. Das wollen wir erreichen. Okay, jetzt können wir im Prinzip durch diese Trennung immer ein zweigeteiltes Modell erreichen, das Verzögerungsmodell, das heißt, die Eingänge spalten sich jetzt auf, ja alle Signalpfade durch das Schaltnetz und die Ausgangsgrößen des Verzögerungsteils nennen wir jetzt Pfadvariable. Warum? Weil die verschiedene Pfade darstellen, weil wir jetzt ja einen Baum bekommen, das heißt also, der Verknüpfungsteil ist ein Baum und jeder Eingang von dem Baum, das ist ein Pfad. Und der erste Index ist immer bei so einer Doppelindizierung die Eingangsvariable und der zweite Index ist sozusagen die Pfadvariable, die von der gleichen Eingangsvariable stammt und alle zusammen bilden den Pfadvektor. Werden wir gleich genauer sehen. Dann haben wir den Verknüpfungsteil, wir haben also ein ideales Schaltnetz, verzögerungsfrei, ideal in jeder Hinsicht und jede Pfadvariable kommt nur einmal vor, deswegen Baumstruktur. Und ja, jetzt müssen wir aufpassen, diese algebraische Darstellungsform, wenn ich jetzt diese Pfadvariable nehme, ja das ist dann der sogenannte Strukturausdruck. Den darf ich nicht vereinfachen, weil den Strukturausdruck, den habe ich ja gerade so gewonnen, dass er mir die Struktur darstellt. Wenn ich den vereinfachen würde, dann wäre ich ja schlecht beraten, dann hätte ich ja gleich eine andere Funktion haben können. Das darf ich auf keinen Fall machen und dann ist eben neben der reinen Funktion auch die Struktur beschrieben, weil ich eben alle Pfade parallel beschreibe. Und ja, hier ist der Pfadvektor eben das, wir sagen jetzt hier, das ist E1,1, ja, E1,2 hier, weil der zweimal vorkommt, dann E2,1 und E3,1 ja, und der Strukturausdruck ist dann natürlich ein anderer. Wir haben jetzt diese entsprechenden Variablen so, dass sie alle vorkommen, das heißt, es kommen mehr Variablen vor, als in dem ursprünglichen Ausdruck, nämlich jetzt 4 statt 3. Und bei dem Beispiel 2 das Gleiche, wir haben jetzt hier unsere Pfadvariablen und unser Ausdruck wird auch entsprechend komplizierter. Ja, man kann jetzt natürlich alternativ, kann man das jetzt ohne die ganze Herleitung machen, man könnte jetzt sagen, man schreibt einfach die Struktur auf und versieht dann einfach die Eingangsvariablen immer mit den entsprechenden Indizes, das heißt also, wenn ich jetzt so eine Form sehe, E1 würde ich die E1,1 nennen, E2, E2,1, E2 kommt nochmal, dann E2,2 und E3 ist E3,1, das heißt, ich kann im Prinzip einfach von links nach rechts durchgehen, wenn ich möchte, das wäre eine kanonische Form, diese Strukturausdrücke zu bekommen. Hazardfehler, ja, was sind jetzt Hazardfehler? Also, ein Eingabewechsel ist die Änderung von einem oder mehreren Eingangsvariablen zu einem bestimmten Zeitpunkt und die sollten ja normalerweise alle sich gleichzeitig ändern. Dummerweise ist das gar nicht möglich. In der Praxis werden sich ja wohl drei Eingangsvariablen nicht gleichzeitig ändern, wenn ich E1, E2, E3 habe, sondern es wird ganz, ganz kleine, vielleicht infinitisimale Änderungen geben und die werden dazu führen, dass es doch zu einem Schalten führt, was wir nicht gewollt haben. Ein Übergang ist jetzt der Vorgang, der von einem Eingabewechsel ausgelöst wird und er beginnt sozusagen mit dem Ruhezustand, dann kommt der Eingabewechsel und dann kommt der neue Ruhezustand und das wollen wir hier auch berücksichtigen und wir identifizieren so einen auslösenden Eingabewechsel mit jedem Übergang und wir nennen das dann immer zu der Eingabebelegung, also BI und BJ ja und dann gehen wir eben von BI nach BJ und hier wäre so ein Beispiel E1, E2, E3 von 0, 1, 1 nach 1, 1, 1 dann sagen wir das B6 nach B7. Das ist ziemlich klar. Also wir nehmen das einfach binär und ja Einschränkungen sind wir wollen warten zwischen zwei Eingaben wechseln, dass das Schaltnetz zur Ruhe kommt. Klar, aber wir haben ja gesagt, es geht ziemlich schnell, das heißt also innerhalb von Millisekunden ist das sowieso zur Ruhe gekommen, dann können wir die einzelnen Übergänge unabhängig voneinander betrachten und alle Verzögerungen seien endlich und wir betrachten immer nur einen Ausgang und dann sollten wir eigentlich im grünen Bereich sein und ja, was ist jetzt ein Hazard-Fehler? Ein Hazard-Fehler ist eine mehrfache Änderung der Ausgangsvariablen und egal, ob ich jetzt von 0 nach 1, von 1 nach 0 oder von 1 nach 1 gehe, das wäre ein Hazard-Fehler. Aber das hatten wir ja gerade betrachtet. Aber ein Hazard ist im Prinzip jetzt die Frage, ob ich eine logisch-strukturelle Vorbedingung habe, dass so ein Hazard-Fehler auftauchen kann, ohne Berücksichtigung, der konkreten Verzögerungswerte. Das heißt, eventuell kann ja ein Hazard-Fehler auftreten. Das heißt, wir haben das sozusagen strukturell im Netzwerk, aber er taucht nicht wirklich auf. Das werden wir gleich diskutieren. Das wäre also, das nennt man Hazard. Und also das heißt, ein Hazard ist die Eigenschaft und das natürlich wieder, wie gerade besprochen, bezogen auf einen bestimmten Übergang. Ja, und ja, wenn ich jetzt möchte, wenn ich wissen möchte, ob ein bestimmter Übergang Hazard behaftet ist oder nicht, dann muss ich mir eigentlich nur noch anschauen, entweder die logische Funktion, da kommen wir gleich zu Funktionshersatz, oder die Struktur, mit der ich das Schaltnetz umgesetzt habe. Das heißt, wie es genau aussieht, aber die Verzögerungswerte sind auch egal. Die kommen dann für die Hazard-Fehler mit rein. Und das ist etwas, was man verstehen muss, ja, das heißt also, wir haben Hazards, Hazard-Fehler, wir werden Funktionshersatz haben und Struktur-Hazards. Ja, und dann kommen noch Verzögerungswerte dazu, das heißt also, es ist relativ kompliziert zu unterscheiden. Also, tritt ein Hazard-Fehler auf, dann können wir sagen, klar, wenn ein Hazard-Fehler auftritt, dann hatten wir wohl so einen Hazard. Andersherum können wir nicht sagen, wenn ein Hazard da ist, dann muss ich schon ungünstige Verzögerungswerte haben, ob es ein Funktionshersatz oder ein Struktur-Hazard ist, ja, um wirklich einen Hazard-Fehler zu bekommen. So, und jetzt vielleicht nochmal zu dem Punkt, den wir gerade hatten. Wir hatten ja einen Hazard-Fehler bei diesem Übergang. Wir hatten keinen bei diesem Übergang, ja, also von E1 von 0 nach 1 und E1 von 1 nach 0 hatten wir einmal 1 und einmal keinen. Ja, das heißt aber, das heißt, dieser Übergang ist auf jeden Fall Hazard-behaftet, das heißt, wir können sagen, da gibt es einen Hazard, weil wir einen Fehler festgestellt haben. Klar. Und interessanterweise ist es aber so, das ist vielleicht das Verwirrende, wenn ich jetzt die Todzeit verändern würde auf den Wert 3 Tau, also von 3 Tau auf Tau, dann entsteht für diesen Übergang, wenn ich von E1 0 nach 1 gehe, kein Hazard-Fehler mehr. Das heißt also, bisher hatten wir ja noch einen und wenn ich jetzt hier umschalte, ja, dann passiert keiner mehr. Das heißt also, geschickt gewählte Verzögerungszeiten und ich bekomme keinen Hazard-Fehler und trotzdem haben wir einen Hazard, weil wir gesagt haben, es ist unabhängig von den konkreten Verzögerungszeiten. Jetzt können wir mal so ein paar Dinge, das ist jetzt glaube ich nur enumerieren von einfachen Dingen, also ein Übergang, bei dem Anfang und Endwert des Ausgangsseiten alles gleich sind, da sprechen wir von einem statischen Null-Übergang, wenn Anfangs- und Endwert beide Null sind, wir sprechen von einem statischen Eins-Übergang, wenn Anfangs- und Endwert beide Eins sind. Das ist ein statischer Übergang. Dann dynamischer Übergang, na gut, das ist jetzt nicht so viel anders, wenn wir von Null anfangen und auf Eins wollen oder von Eins anfangen und auf Null wollen. Ich denke, da gehe ich jetzt mal schnell durch und wir haben jetzt einen statischen Übergang, beispielsweise für den hier von Eins nach Eins. Wir haben einen dynamischen Null-Eins-Übergang für den hier von Null nach Eins und andersherum natürlich in die andere Richtung. Wie gesagt, das sind jetzt einfache Sachen, da geht es immer schnell durch, unterbrechen Sie mich, wenn es irgendwie nicht klar wird oder ich was Falsches sage. Also das wären eben diese verschiedenen statischen und dynamischen Übergänge in dem Beispiel. Das ist ja unser stehendes Beispiel. Sie erinnern sich, das war das KV-Diagramm. Ja und jetzt analog zu den Übergängen können wir jetzt auch die Hazards als statischen dynamisch betrachten und je nachdem, wo sie auftauchen und klar, statischer Null-Übergang ist ein statischer Null-Hazard und dann können wir uns jetzt mal ein paar überlegen, das wäre so ein Hazard, statischer Null, der könnte einer sein und für Eins-Hazards natürlich genau gleich, ziemlich simpel und das heißt also wir haben gerade bei dem Übergang gesehen, haben wir also einen statischen Eins-Hazard. So ist es jetzt bezeichnet. Okay, dann, wenn ich einen dynamischen Null-Eins-Übergang habe, Null-Eins-Hazard und dann gibt es auch da entsprechende Beispiele, ich glaube, da kann ich schnell drüber gehen, das ist ziemlich einfach, ich muss sozusagen, wenn es sozusagen nicht monoton übergeht, das heißt, wenn ich also hier irgendwas nicht monotones dazwischen habe, dann ist es offenbar ein Hazard. Andersherum genauso, ja, so und jetzt können wir mal klassifizieren, wenn ich Übergänge habe, statisch oder dynamisch, statisch bedeutet, Ausgang ändert sich nicht, dynamisch bedeutet, Ausgang soll sich ändern, aber er soll sich ja nur einmal ändern und dann kann ich jetzt sagen, ich habe entweder etwas Null-Eins-Statisches oder hier Null-Eins-Eins-Null dynamisch. Ja, und das gilt für den Hazard genauso, der Hazard wird einfach genauso bezeichnet. Ja, und jetzt müssen wir unterscheiden, und das ist wichtig, zwischen Funktionshazards und Strukturhazards. Ein Funktionshazard kommt dadurch zustande, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja, der vielleicht nicht leicht zu verstehen ist. Der Funktionshazard kommt dadurch zustande, dass die Eingangsvariablen sich nicht exakt, obwohl wir das voraussetzen, zum gleichen Zeitpunkt ändern. Das heißt, wenn ich drei Variable anlege und ich erwarte, dass die sich jetzt alle gleichzeitig ändern, die tun es aber nicht ganz genau gleich, dann ist es ja wohl so, dass wir durch unser KV-Diagramm verschiedene Wege durchlaufen können. Und diese verschiedenen Wege führen uns vielleicht jetzt mal von einer 1 auf eine 0 wieder auf eine 1, dann habe ich einen Hazard. Bei einem Strukturhazard ist es aber so, dass der dadurch zustande kommt, dass ich durch das entsprechende, ja, durch diese Struktur, die ich mir dann aufgebaut habe und die wir ja gerade vereinfacht haben, verschiedene Signallaufzeiten habe. Das heißt, wenn ich vom Signal oder vom Eingang 1 und vom Eingang 2 auf den Ausgang verschiedene Laufzeiten habe, dann bekomme ich einen entsprechenden Hazard. Also eine völlig andere Sache, auch wenn man die vielleicht leicht durcheinander bringen kann, also Funktionshazard, da liegt die Ursache in der Funktion selber und in dem entsprechenden Schalten der Eingangsvariablen und bei einem Strukturhazard liegt es an dem Schaltnetz, was ich realisieren möchte und das Schlimme ist jetzt eben, es kann ja sein, dass ich es falsch realisiert habe. Das heißt, ich bekomme den Hazard nur, weil ich es so realisiert habe, wie ich es gerade gemacht habe, aber es könnte anders realisiert keinen Hazard aufweisen. Okay, und der Witz ist jetzt der, also, liegt in der realisierenden, zur realisierenden Funktion, tritt in jedem möglichen Schaltnetz auf, das heißt, ich kann mir, egal welches konkrete Schaltnetz, ich mir für die Implementierung überlege, der Funktionshazard geht nicht weg, er kann nicht behoben werden. Und jetzt kann ich nur der Hazard, ich kann aber Hazard Fehler vermeiden, indem ich jetzt für das konkrete Schaltnetz, was ich mir überlegt habe, die Verzögerungswerte so wähle, dass ich damit den Funktionshazard umgehe und keinen Hazard Fehler bekomme. Aber der Hazard bleibt erhalten. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei einem Strukturhazard liegt es eben in der Struktur. Das heißt, ich könnte das Schaltnetz ja ändern, ich könnte es ja anders implementieren. Und das heißt, ich könnte jetzt ein anderes Schaltnetz entwerfen oder ich könnte Verzögerungen ändern und ich weiß nicht was, dann kann ich aus einem Strukturhazard oder kann ich ein Strukturhazard kann ich so einen, den kann ich beheben. Ich kann keinen Funktionshazard beseitigen. So, jetzt vielleicht die letzte Folie für heute, dass wir nochmal kurz überschlagen, was wir alles gesehen haben. was benötige ich denn zum Erkennen von einem Funktionshazard, von einem Strukturhazard, von einem Funktionshazard Fehler und einem Strukturhazard Fehler. Wenn ich ein Funktionshazard bestimmen möchte, das ist gleich das Erste, was wir in der nächsten Stunde machen, dann muss ich mir die Funktion anschauen und nichts anderes, die Struktur ist unerheblich. Das liegt gleich in der Funktion. Ja, wie gesagt, und das können Sie sich auch mal durchspielen gleich zu Hause, wenn Sie bei einer Funktion im KV-Diagramm einfach mal, wenn Sie zum Beispiel E1, E2 wechseln und Sie wechseln erst E1 und danach und kriegen dann Wert und dann E2 oder erst E2 und dann E1 und Sie bekommen zwei verschiedene Wege und die geben solche nicht monotonen Folgen. Dann haben Sie gleich einen Funktionshazard, das heißt, Sie müssen nur die Funktion des Schaltnetzes überprüfen. Ein Strukturhazard, dafür brauchen Sie nur die Struktur des Schaltnetzes und die Funktion ist damit sowieso gegeben, das heißt, die Funktion ist automatisch implizit enthalten. Das sind aber nur Hazards. Für die Praxis ist es vielleicht ja nur wichtig, tauchen denn auch Hazard-Fehler auf und für Hazard-Fehler muss ich mir die konkreten Verzögerungen anschauen zur gegebenen Struktur, das heißt also für Funktionshazard-Fehler oder auch für Strukturhazard-Fehler brauche ich die entsprechenden Verzögerungen um zu sagen, taucht denn der konkrete Hazard-Fehler für den Übergang wirklich auf und er ist ja bezogen auf den Übergang. Dann bedanke ich mich und wir sehen uns am nächsten Montag im Audimax. Ja, danke. 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 Ja, danke.